Was bist du denn, Alter? Ich bin der Hansel Banger, Mann, Alter. Hansel Banger, Alter? Der flashigste Typ überhaupt. Was bist du denn für den Hip-Hop, Kasper? Du hast doch einen Banger im Kopf, Alter. Flipp mal nicht raus, Alter, sonst gibt's hier gleich mal ein bisschen Battle-Session. Aber egal, Mann. Wollen wir zum Punkt kommen? Ich hab gehört, dass das hier so derbe abrockt in eurer scheiß Bude. In eurem Studio. Joa, bang, tu das hier. Und ich bin auf dem Kiez ja auch nicht ganz so micken, mein Freund, Alter. No, Alter, und du? Wirst du was vorsingen, oder was? Wirst du hier ein bisschen tanzen, oder was? Ja, aber egal, Alter, Digga. Ich hab hier mal was richtig Geiles mitgebracht zum Ersten. So ein aggressives, geiles, tightes Hamburg-Move-Style-Ding. Step on Smite und check den Beat up. So mit Kicks und Beats und Sprach und... Boah, der macht den Dreck aus. Ja, Alter. Das klingt ja nach Agro-Berlin. Scheiß auf, Mucke. So, Leute, das ist die offizielle Kampfansage gegen alle Hip-Hop-Schmuchteln. Kopf, Nigga. Puh! Boom! No! No! Okay! Untertitelung des ZDF für funk, 2017